Musik 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 Wir wollen ca. 850 km von hier, von Oberhausen weg, direkt an der Autobahnausfahrt, man kann das also ganz bequem erreichen, ca. auf 800 m Seehöhe, man braucht da also keine Schnittketten, sondern Winterreifen, genügend eigentlich Meter. Aber flacher an das Salzburger Land ist natürlich nicht nur im Winter, eine Indylle, herrlich zum Mandeln, angenehmes Klima, nette Leute, sehr nette Leute und ganz nebenbei das Salzburger Land ist ein bisschen günstiger, wenn man Urlaub machen will als z.B. in der Schweiz oder natürlich in Tirol. Also, wer mehr Infos haben möchte, draußen liegen Prospekte auf über die Ferienregion Salzburger Land, ganz speziell natürlich, hier von unseren Freunden, unseren Mitarbeitern, übrigens ganz wichtig, die kommen alle aus, fast alle, fast alle, nicht alle, aber fast alle aus Lachau und Umgebung. Und ich denke, die arbeiten 17 Tage durch hier, wir haben ja jeden Tag, ob wir fest sind, und deswegen denke ich mal, haben unsere Mitarbeiter mal ihren Applaus verdient, Dankeschön! Vielen Dank! 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 Vielen Dank!